Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Was macht es mit einem Menschen und vor allem mit einem Paar, wenn der Wunsch nach einem Kind sich sehr lange herauszögert? Darum geht es im Dokumentarfilm Der Wunsch, der am 14. März in den deutschen Kinos anlaufen wird. Ich bespreche diesen Film nicht alleine, sondern der verehrte Max ist auch da. Hallo Max. Da hast du dir einen Profi an Land gezogen. Guten Abend. Ich weiß. Ja, alle miteinander. Du bist hier der Kinderprofi. Wie sieht es denn mit deinem Kinderwunsch aus? Ist der schon erfüllt? Ich habe zwei Katzen. Somit, ja. Ende. Okay. Das reicht ja auch. Ich habe immer gern so Austauschkinder, beziehungsweise so Leihkinder. Ich bin ein guter Onkel und ein schlechter Vater, glaube ich. Okay, man weiß es ja nie, aber Onkel sein und Oma und Opa und Tante ist ja generell sehr praktisch, weil man die Kinder auch wieder abgeben kann. Nun ja, darum soll es aber nicht gehen, denn es geht um den Film Der Wunsch von Regisseurin Judith Beuth. Magst du uns mal kurz zusammenfassen, um was es in dem Film denn genau geht? Ja, das ist ein Dokumentarfilm, in dem, glaube ich, über zehn Jahre hinweg das Paar Marie und Anne, oder heißt sie Kerstin? Ich weiß es nicht. Die Maria und Christiane, aber falsch. Okay, beide. Maria und Christiane. Jetzt geht es super los. Ist nicht so weit entfernt von dem. Egal, die werden über zehn Jahre lang begleitet von der Filmemacherin und ja, es geht darum, dass die als Paar einfach versuchen wollen, Mütter zu werden. Und das Problem, das sich eben da hauptsächlich ergibt, ist, dass Christiane die Ältere ist und ja, eben auch durchs Alter eben verschiedene Probleme eben durch künstliche Befruchtung und so weiter, kennt man ja aus Medien, entstehen. Und dass eben dieser Kinderwunsch nicht so einfach, ja, erfüllt werden kann. Und der Film zeigt eigentlich auf der Hauptebene, was das aus dem Paar macht und aus der Beziehung macht und wie die Beziehung darunter leidet. Dankeschön. Genau, also spannend. Das wird über zehn Jahre lang wirklich begleitet. Die Regisseurin Judith Beuth ist auch gut befreundet mit Maria. Das ist eine von den zwei Damen. Und auch spannend ist, was auch Einfluss haben wird, ist, dass Maria im Rollstuhl sitzt. Also sie ist querschnittsgelähmt, seit sie 17 ist. Also auch noch problematisch. Wir haben hier die zwei Frauen und der Film fängt, glaube ich, 2013 dann an, dass sie da versuchen, das erste Mal mit künstlicher Befruchtung. Und dass wir eben diese Themen haben, wie künstliche Befruchtung für homosexuelle Paare, ist natürlich, damals war das noch nicht so weit, dass dann, wie du sagst, dass Christiane eben ein bisschen älter ist. Ich glaube, zwei Jahre oder so ist sie älter. Ich glaube, es sind acht Jahre tatsächlich. Acht Jahre, echt? Ja. Ach, okay, okay, krass. Ja. Und dass sie dann eben verschiedene Dinge ausprobieren, dass es auch problematisch wird, wer das dann als Christiane zu alt wird, dass sie dann versuchen, Marias Eizellen zu nehmen, dass man da aber bestimmte Dinge nicht machen darf. Also man muss ja dann stimulieren, dass die, dass ich glaube, ich bin jetzt kein Fachmann, aber ich versuche das jetzt einfach mal so zu sagen, dass mehr Eizellen produziert werden oder bessere. Und das kann man bei Maria eben nicht machen, weil dann die Gefahr eines spastischen Anfalls bei ihr besteht durch ihre, also auf jeden Fall eine Menge Steine, die ihnen in den Weg gelegt werden. Und das wird dann wirklich über zehn Jahre lang begleitet und wie die damit umgehen. Okay. Warum hast du dich denn, also wir kriegen ja bei uns beim Tele-Stammtisch, wir haben ja so einen Verteiler und da wird immer gesagt, hallo, wer möchte diesen und diesen Film gucken und warum hast du dich denn dafür entschieden, dir diesen Film anzugucken? Ja, in erster Linie, weil es eben auch ein interessantes Thema ist und man muss jetzt nicht denken, nur weil ich nicht zu irgendeiner dieser Bevölkerungsgruppen, also sprich Frau, Mütter, Homosexuelle gehöre, dass mich die Sachen da nicht auch interessieren. Und ich da die, ja, das Leben dieser Person nicht auch interessant finden könnte. Und dann kommt noch mit dazu, dass in meinem Bekanntenkreis tatsächlich jetzt auch ein Pärchen in etwa vor, naja, so einer ähnlichen Entscheidung mehr oder weniger steht, wie unsere beiden Protagonistinnen da in dem Film zu Beginn und ja, es ist einfach spannend. Ich bin auch medizinisch sehr interessiert von dem her, ja, das ist jetzt nicht unbedingt nicht mein Thema, sagen wir es mal so. Von dem her, ja, ich schätze mal, du hast sicherlich auch irgendeinen Grund, oder? Ja, ich finde das Thema Kinderwunsch natürlich psychologisch und auf der Paarebene war das auch total spannend, was das mit denen eben macht und das so zu begleiten. Und was auch dazu kam, wir haben in dem Film ja auch so kleine Animationssequenzen und die fand ich auch interessant. Wie fandst du die? Ja, die waren ganz nett. Ich finde das eh sehr lustig, dass, keine Ahnung, egal wo man hinschaut, irgendwo trifft man immer einen Illustrator. Also die Illustrator, die in irgendwelchen Dingen machen, von dem her. Nee, die sind ganz nett, weil ich finde so gerade im Verlauf des Films und ich weiß nicht inwiefern, dass man das jetzt als Spoiler irgendwie nennen kann, aber man hat ja da, also die Auf und Abs gehen doch eher in Richtung Abs und ich finde, dass die Illustratoren das dann schön immer diesen, wie sagt man, also der Stil der Illustrationen gut korreliert mit den Gefühlsschwankungen, weil das dann auch immer so schwebende Übergänge dann streckenweise sind. Und am Anfang ist es noch ein bisschen so verspielt, wo sie dann diese Tetris-Animationen haben. Und am Ende ist es dann doch irgendwie so, weiß ich nicht, erinnert das dann schon an so einen typischen Animationskurzfilm, der dann bei den Oscars gewinnt, weil er ein extrem schweres Thema irgendwie aufmacht von dem her. Ja, es ist ja von ihr selber, also Maria ist ja Illustratorin, genau, und sie sagt ja auch, dass sie auch animiert, weil sie irgendwie an irgendeinem Studio animiert hat, also sind die, ich weiß jetzt nicht, ob sie alles selbst animiert hat, aber sie hat da auf jeden Fall wahrscheinlich mitgewirkt. Und ich fand die auch, also es ist ein schöner, illustrativer Stil und hat es schön in Visuals, also in schönen bildlichen Darstellungen zusammengefasst, wie es ihnen eben geht, wie du eben sagst, es mit dem Tetris und dass sich aus den Tetris-Bausteinen, wo dann Alltag und Kosten und Gesetze sich dann IVF zusammenbaut. Und IVF ist ja eine künstliche Befruchtung, also es gibt ja IVF und Ixi. Ich weiß jetzt nicht genau, welches weiß davon ist. In einem Fall spritzt man das Sperma in ein Gefäß, in dem die Eizelle auch drin ist und dann lässt man sie sich selbst befruchten. Und im anderen Fall ist es, glaube ich, so, dass das Sperma direkt in die Eizelle gespritzt wird. Und es wird je nachdem in Deutschland, ich weiß jetzt den genauen Gesetzestand nicht, im Film sagen sie ja mal, dass es für Homosexuelle ein bisschen erleichtert wird. Mein Stand von vor, was weiß ich wie viele Jahren ist, dass es für Deutsche, werden drei Versuche, für deutsche heterosexuelle Paare, die auch verheiratet sein müssen. Und die Frau darf nicht älter als, keine Ahnung, 40 sein. Und noch irgendwie so abstruse Sachen, werden drei Versuche bezahlt in Deutschland. Das klingt sehr deutsch, ja. Ixi, ja. Aber eben auch krass, dass du musst verheiratet sein, damit die Krankenklasse das übernimmt. Weil ansonsten ist der liebe Gott böse auf dich, wenn du das machst ohne Hochzeit. Ja. Genau, ohne Hochzeit, weil nur Hochzeiten legitimiert auch ein Kind zu haben. Genau. Ähm, genau. Wir haben hier den Kinderwunsch der beiden. Ich weiß nicht, ob wir über das Ende sprechen sollen. Was sagst du dazu? Also sagen wir es mal so, das Ende ist, ähm, also ich finde der Film, der hat schon eine sehr absteigende Ast-Tendenz, was die, sagen wir mal, die gute Laune angeht. Ich meine, am Anfang ist man noch euphorisch mit ihm. Und ich glaube, so alle zehn Minuten kommt in dieser Dokumentation so ein kleiner Bauchschlag, der, oder wie du schön sagtest, ein Stein, der da in den Weg gelegt wird. Und ich finde schon, dass man so ab der Hälfte irgendwie merkt, wo es hingeht. Weißt du? Ja, ich weiß nicht, das ist so, der Film ist so real, dass ich da mehr oder weniger auch komplett auf Statistikmodus umgeschalten habe irgendwann mal. Und mir gedacht dann, also bitte, der Film heißt ja, äh, der Wunsch und nicht das Wunder oder sowas. Und, ähm, ich hab, sagen wir mal so, es gibt so ein, eine Sache, die mir ein bisschen gefehlt hat. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das in ihrer Beziehung so eine Rolle gespielt hat. Nämlich, so ein Punkt wie Adoption kam mir überhaupt nicht vor. Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also man merkt schon, dass die beiden, die haben ja schon bestimmte Grenzen. Also sie wollen ja nicht eine fremde, fremde Sperma und eine fremde Eizelle. Also es ist ihnen ja schon ein innerer Wunsch, das stellt der Film schon dar, dass irgendwas von ihnen beiden im Kind ist. Und das schließt ja so ein bisschen Adoption dann aus. Aber es hat mir auch ein kleines bisschen gefehlt, dass das einfach angesprochen wird. Ja, ja. Ich meine, ähm, im Endeffekt macht es den Film natürlich dann auch, sagen wir mal, okay, der Kinderwunsch ist vielleicht so diese, ähm, ja, dieser Plot, dieser Plot-Device, dem nachgelaufen wird. Aber im Prinzip ist es ja in erster Linie auch eine Beobachtung der Beziehung der beiden. Und von dem her weiß ich jetzt gar nicht, ob, ob, ja, ob da so eine Adoptionsgeschichte da großartig dazu gepasst hätte. Okay, ähm, was würdest du denn sagen, wie das die Beziehung der beiden beeinflusst? Naja, gut, also wie gesagt, erstens mal sind es viele Nackenschläge. Zweitens, wenn ich jetzt so an meine ganzen Beziehungsgeschichten oder irgendwas denke oder wahrscheinlich du ähnlich, dass, ähm, es gibt da so einen Moment in dem Film, der das ganz gut beschreibt. Und, ähm, da werden sie irgendwie interviewt und da ist wieder irgendwas schiefgelaufen und dann, ähm, meinte eine von beiden, dass sie in ihrer, also auf die Frage, was es mit ihrer Beziehung gemacht hat, ähm, dass sie jetzt mehr übereinander gelernt haben. Oder wieder mal mehr übereinander gelernt haben und näher zusammen kam. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch der, der Kern der ganzen Geschichte, dass, dass diese, dass die Beziehung im Prinzip aus gemeinsamen Erlebnissen irgendwie besteht, die, ähm, ja, beide verarbeiten müssen. Und dann beide eben auch wahrscheinlich aus verschiedenen Blickwinkeln dann auch, äh, ja, beurteilen für sich subjektiv. Und dass das eben auch eine eigene Beziehungsdynamik irgendwie aufbaut. Und ich finde es dann schon sehr bemerkenswert, dass du vor der Kamera schon sehr viel Trauer siehst. Und auch, ich öfter das Gefühl hatte, dass der eine von beiden immer so ein bisschen abschaltet und auf Abstand geht und ein bisschen aufgibt. Aber die bleiben ja trotzdem ein cooles Team. Und das ist so diese, diese positive Message, die ist bei mir hängen geblieben. Ja, ich muss auch sagen, man muss ja, der Film ist 100 Minuten lang oder so. Und wir beobachten hier 10 Jahre. Also wir haben 10 Minuten pro Jahr quasi. Das ist ja schon sehr wenig, muss man sich dann ja auch bewusst machen, was wir hier immer nur von den beiden sehen. Und wie du eben sagst, durch solche Dinge, die passieren, kann man eben zusammenwachsen, weil man den anderen mehr kennenlernt und merkt, wir schaffen es, solche Hürden zusammen zu überwinden und das anzugehen. Oder eben, es kann einen Keil zwischen einen treiben, weil man merkt, jeder geht unterschiedlich damit um. Und man merkt ja auch in einem Interview in dem Film, dass die eine sagt, ich habe jetzt selbst, ich brauche so viel Kraft gerade für mich und ich merke, dass sie sich von mir abwendet und ich habe aber keine Kraft, da hinterher zu gehen. Also klar, ich habe gerade gesagt, entweder oder, es ist natürlich nicht schwarz-weiß. Du kannst auch beides, dass du es einmal schaffst und positiv siehst und einmal eben nicht. Das geht natürlich beides. Ich muss auch sagen, du meinst, bei mir ist es auch so, also ich hatte noch keine 10-Jahres-Beziehung. Ich finde es ja schon bemerkenswert, du musst ja überhaupt erst mal so lange zusammenbleiben. Das gehört ja auch noch dazu. Und man sieht schon, wie du sagst, dass die beiden schon in dem kleinen Ausschnitt, den wir sehen, auch noch liebevoll miteinander zusammenwirken. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ah ja, also ganz wichtig, was die da ansprechen, ist dieses, wie gesagt, wir sehen 10 Minuten aus jedem Film und sie warten seit 10 Jahren, versuchen was und dieses Thema warten. Ich habe ja zwei Kinder und bei mir ist alles gut gegangen. Ich musste nur, bei mir hat es direkt auch geklappt, bis auf bei der ersten Schwangerschaft hat es im ersten Zyklus nicht geklappt, im ersten, im zweiten. Und allein dieses schon, dieser erste Zyklus und warten, dass man seine Tage nicht kriegt und sich einbildet, bin ich jetzt schwanger, bin ich nicht. Und es waren bei mir, keine Ahnung, vier Tage oder lass es zwei Wochen sein. Und das fand ich schon, weil man ist ja in seinem Kopf drin und du machst dir so viele Hoffnungen und du kennst es ja selbst, wie groß kann so ein Kopf werden, selbst in nur einer Minute oder einer Stunde. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass die bei so vielen Gelegenheiten so viel warten und hoffen und mussten, das hat mich schon richtig mitgenommen. Und klar, wir haben ja jetzt auch, ich habe dich gefragt, sollen wir über das Ende sprechen und du hast ja schon angedeutet, der Film heißt der Wunsch und nicht das Wunder. Also man kann sich schon denken, ich spreche da jetzt einfach drüber, also hier kleiner Spoiler, falls ihr nicht wissen wollt, was da passiert, macht dann am besten jetzt aus und schaut euch erst den Film an. Also ihr Kinderwunsch wird leider nicht erfüllt und das hat mich auch richtig mitgenommen am Ende. Also ich finde es tatsächlich schade, weil ich hätte es den beiden gegönnt. Ja, und ich dachte auch, du meintest, man konnte es absehen, aber ich dachte die ganze Zeit, nee, warum sollten sie denn diesen Film machen, wenn es nicht gut endet? Das ist doch für die auch total traurig. Aber ich finde es dann irgendwie auch gut, weil es natürlich, du hast ja gesagt, du hattest die Statistiken im Kopf, bei wie vielen Leuten klappt es nicht? Und dann ist es doch viel realistischer, so einen Film zu machen, um auch zu zeigen, okay, es klappt einfach wirklich nicht immer. Das ist ja viel wichtiger, als immer das Happy End zu zeigen eigentlich. Also ich sag mal so, ich glaube, dass der Film der Gesellschaft an sich einen größeren Dienst leistet, indem das jetzt hier nicht irgendwie so eine Hollywood-Story ist, wo sie dann auf einmal am Ende schwanger werden, sondern ich finde es eigentlich schon ganz gut, dass man so einen Film dann irgendwie hat, den dann ein Pärchen, dem es ähnlich ergeht, dann ja zu Rate ziehen kann, wie solche Dinge funktionieren. Und ich meine, es ist ja, wenn wir es jetzt mal ganz banal runterbrechen und da spreche ich jetzt tatsächlich nur aus meiner ganz, ganz persönlichen, subjektiven Nicht-Kinderwunsch-Sicht. Ich meine, das Leben ist ja dann dadurch auch nicht unbedingt vorbei und deswegen habe ich die Sache dann mit der Adoption dann auch irgendwie mal angesprochen, weil tatsächlich gibt es ja dann auch noch irgendwelche anderen Optionen, die vielleicht dann in Frage kämen. Und es ist hart natürlich, dass dieser Wunsch, dem sie dann nachgehen, nicht erfüllt wird, aber im Endeffekt haben sie dann, deswegen habe ich so ein positives Gefühl, haben sie dann trotzdem eine funktionierende Beziehung. Und manchmal ist das mehr wert als, keine Ahnung, dann ja, tatsächlich die 100 Prozent zu erreichen. Vielleicht reichen die 95 Prozent dann. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, man kann sehr viel überwinden, aber ich stelle es mir auch wahnsinnig schwierig vor, wenn du wirklich zehn Jahre lang so ein Riesenziel, und das merkt man ja auch vor allem bei Christiane, dass sie sich so fixiert darauf hat und die haben sich gar keinen Raum gelassen, also realistisch vielleicht oder wirklich, das könnte passieren, über die Alternative nachzudenken. Und das ist ja auch so traurig dann am Ende, wo du diese Haftnotizwand siehst, wo sie draufschreiben, was sie alles niemals mit einem Kind machen werden, wo ich auch dachte, oh Gott, ich muss sofort meine Kinder umarmen und würde diesen Film allen empfehlen, die gerade ihre Kinder nicht wertschätzen können. Ich bin zu den Nachbarn rübergegangen und habe sofort das Kind genommen. Ich verstecke mich auch gerade. Also Sachen wie, ich werde niemals so Alltäglichkeiten, ich werde niemals am Küchentisch Quatsch machen mit meinem Kind, schreiben die ganz viel auf Zettel und schmeißen die dann am Ende in ein Feuer und verbrennen es symbolisch und sind eben füreinander da. Dass sie sich so ein bisschen damit, dass sie damit abschließen können, obwohl sie auch meinten, diesen Gedanken sollen wir es nicht nochmal versuchen oder vielleicht, was du auch meinst, adoptieren, dass man den wahrscheinlich nie ganz loslassen kann. Aber ja, wenn man sich vielleicht damit befasst und zu sagen, okay, wir haben es jetzt wirklich versucht, wir haben alles versucht, was haben wir jetzt für Möglichkeiten und Optionen, dass man da sich dann bestimmt auch, also ich will mir nicht anmaßen, darüber zu sprechen, wie es ist, in so einer Situation zu sein. Das ist bestimmt auch schrecklich. Aber vielleicht findet man ja noch irgendwie ein Fenster, was sich dann öffnet. Ja, aber keine Ahnung, was ich jetzt zu sagen muss. Nee, nee, aber stimmt schon. Ich meine, Kinderwunsch ist zwar die eine Sache, aber wie gesagt, wahrscheinlich ist es eh ungesund, sich dann auf ein Ding zu versteifen, was dann am Ende nicht funktionieren kann. Rein, keine Ahnung, gesundheitlich, biologisch, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, die wahre Kunst darin liegt ja dann auch, sich Alternativen zurechtzulegen, mit denen man dann gut klarkommen kann. Und die Frage ist eh, die ich mir persönlich stelle, ist natürlich, wahrscheinlich ist es so für die Zeit der Schwangerschaft schon was anderes, wenn du jetzt praktisch dann ein Kind in dir trägst und dass du dann immer mit dem Bewusstsein, da ist jetzt was von mir oder meiner Partnerin in dem Kind, genetisch und auch, ja, charakterlich. Aber im Endeffekt, wenn du dann so ein kleines Wusel irgendwie hast und das lächelt dich an, mir ist es halt persönlich oft auch wurscht, ob das jetzt ein fremdes Kind ist oder sonst irgendwie, weißt du, da, 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 aber vielleicht ticke ich da einfach anders. Ja, also ich kann es schon auch verstehen. Ich war auch immer jemand, der gesagt hat, ich will niemals adoptieren, weil ich Angst hätte, dass es eben ein anderes Gefühl hätte. Ich habe schon auch den intrinsischen Wunsch, was von mir weiterzugeben. Ich will aber auch einräumen, dass ich dann trotzdem ein adoptiertes Kind genauso wahrscheinlich geliebt hätte. Ich kann es mir nur jetzt gerade nicht vorstellen, aber das heißt nicht, dass es nicht passiert wäre. Aber ich, wenn ich die Wahl hätte, für mich hätte es schon einen Unterschied gemacht. Im Endeffekt wahrscheinlich nicht, wenn ich dann in der Situation wäre, aber in meiner Vorstellung schon. Also das kann ich nachvollziehen. Wir wissen jetzt überhaupt auch gar nichts, wie es bei den beiden jetzt dann im Endeffekt, obwohl der Film, der endet ja relativ in der Neuzeit von dem. Und ich wollte gerade fragen, ob da irgendwas bekannt ist, aber in dem Film ist es ja auch spannend, dass der während Corona auch spielt. Aber es wird kein großes Thema draus gemacht. Man sieht es nur, weil wir eben die Jahreszahlen haben und weil sie dann Masken tragen müssen. Also was ich halt dann krass fand, das ist, dass sie so kurz vor dem Ukraine-Krieg mehr oder weniger irgendwelche Angebote aus der Ukraine irgendwie bekommen haben. Genau, weil da ist die Altersgrenzung ja nicht, geht es nicht bis 46, dass man befruchten kann. Deswegen gehen sie ja dahin. Genau. Ja, aber mal kurz zum Film an sich als Medium zurück. Wie fandst du ihn denn gemacht? Also wie fandst du ihn erzählt? Also Dokumentarfilme beziehungsweise Dokumentationen, da gibt es ja so ganz viele verschiedene Macharten und die Machart, die hier vorliegt, die würde ich so als, keine Ahnung, ein bisschen diese klassische Werner Herzog Dokumentation sehen. Also du hast Filmemacherin, die immer wieder mal Interviews führt, Voice-Over und ansonsten begleitet man einfach. Und ich finde das für dieses Thema einfach zu 100 Prozent passend, weil ich weiß nicht, wenn es dir dann jetzt über zehn Jahre und dann hättest du dann irgendwie noch angefangen, dich zu verkünsteln oder so. Also dafür hattest du ja auch die Illustrationen und praktisch immer wieder so wie so kleine, ja wie sagt man Pausen oder Wellenbrecher irgendwie reinzubringen. Aber ich finde schon sehr gut, dass das sehr geerdet ist und sehr, sehr mediathekenfreundlich, würde ich es mal nennen, auch gemacht wurde. Also ich würde mir sowas auch gern abends dann mal angucken und ich würde da drauf, Entschuldigung, dann da auch drauf hängen bleiben. Was jetzt nicht bedeutet, dass ihr nicht ins Kino gehen sollt. Das ist ja schon mal gut hier und du bist ja auch ein bisschen vom Fach, also danke für deine professionelle Sicht. Echt? Oh, danke schön, ja, ja. Ja, bitte, bitte. Ja, ich fand es auch mal angenehm. Es war recht, was ist ein positives Adjektiv für trocken? Also halt real, nah. Pragmatisch. Ich finde es manchmal auch, pragmatisch finde ich gut in dem Fall auch. Genau, okay, fand ich auch. Also das hat mir auch gut gefallen. Dadurch warst du halt ganz nah dabei und wir fangen ja an mit, wir fangen in der Jetztzeit an und sehen eine kleine Szene, wie sie auf ein Telefonat warten und dann springen wir eben zurück, wie alles anfängt und sind dann am Ende wieder bei diesem Telefonat. Ja. Okay, hast du denn, ich würde jetzt gerne dein Fazit hören. Hast du davor noch irgendwas, was du sagen möchtest oder möchtest du direkt zum Fazit springen? Ich komme gleich direkt zum Fazit, weil... Okay, hau raus. Ähm, ja. Was habe ich noch nicht gesagt, was diesen Film zusammenfasst, weiß ich nicht. Ich glaube so mit meinen, ich schließe meine letzten Sätze an. Dieses mediathekenfreundlich soll gelten als, es ist eine lebensnahe Dokumentation, die man sich gern mit der Partnerin oder dem Partner angucken kann, soll. Ähm, ich fand die, den Dokumentarfilm auch zu keiner, keiner Zeit irgendwie langweilig oder ich finde, da gab es auch keine Längen, das muss man positiv äh sagen. Dann natürlich, dass die ganze Geschichte über zehn Jahre irgendwie gemacht, äh, und verfolgt wurde, gibt dem Ganzen einen ganz speziellen Ton, nämlich, dass man da irgendwie keine, also dieses Slice of Life, ähm, wie sagt man, diese Sachen, die immer hinten runterfallen und dann nicht genannt werden, das hat man in dieser Dokumentation auch nicht. Ich, ich finde, das ist eine gefühlvolle Dokumentation, ich finde, dass man, also ich habe mich selber auch oft ertappt, wenn dann irgendwie sie eine schlechte Nachricht bekommen haben, dass ich dann aufstand und sage, äh, ich habe selber dann irgendwie rumgekrummelt. Und ich meine, wenn das ein Dokumentarfilm irgendwie macht, dann macht er nichts falsch. Und von dem her ist es für mich eine klare Empfehlung, den zumindest zu sehen. Und ob man dafür jetzt ins Kino geht oder nicht, wie gesagt, ich bin immer für Kino, von dem her, ja. Okay, also Empfehlung von dir, würdest du ihnen auch deinen Bekannten empfehlen, dass sie ihn sich angucken? Äh, ja, wieso nicht? Also ich, ich wüsste nicht, was da jetzt dagegen spricht. Von dem her, ähm, vielleicht das Ende. Dass die das angucken. Ich glaube nicht, dass die, dass man das dann irgendwie ansieht und dann, man muss ja auch nicht immer mit dem Schlimmsten rechnen. Ich meine, das ist jetzt eine Beziehung, ein Pärchen, ähm, die haben jetzt diese spezielle persönliche Erfahrung gemacht. Das muss ja bei anderen nicht so sein. Aber hier ist es eben. Ja, und ich habe auch gelernt, dass mentales Konstrahieren, äh, Konstrastieren, Konstrahieren nicht schlecht sein soll, dass man also eben sich schon gleich nicht alles positiv ausmalt, sondern schon gleich auch mit den Hürden rechnet, sodass man damit auch schon arbeiten kann. Genau, das ist auch, dass man es nicht erwartet, das Schlimmste gleich, also kein Pessimismus, sondern einfach, dass man nicht übertrieben optimistisch ist, sondern eben mit allem einfach rechnet und sich auf alles vorbereitet. Ich meine, auch pessimistisch ist ja der Film nicht. Ich meine, das Thema ist, ist halt an sich kompliziert. Punkt. Da kann man ja nichts machen. Du kannst jetzt auch keinen Film über Quantenphysik irgendwie machen und dann, 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 äh, hoffen, dass das, das ist ein blöder Vergleich. Aber du weißt, was ich meine. Ja, also der Film ist schon, der kann halt nicht voll ausholen und ihre komplexen Gefühle da ausnoten, krass, aber er, er kratzt es schon an und geht auf das Thema ein und das hat mir auch gut gefallen. Jetzt stell dir mal vor, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du bist ein Pärchen, du bist ein Pärchen. Ich bin ein Pärchen, ja. Und, 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 und spielst mit dem Gedanken, ja, okay, ich will jetzt hier befruchtet werden und, und Mutter werden und so weiter und so fort. Und dann siehst du vorher so einen Dokumentarfilm, in dem praktisch alle zehn Minuten eine Befruchtung klappt und die am Ende dann 329 Kinder haben. Stell dir das mal vor. Und, 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 und dann kommst du in die Realität zurück. Dann würdest du ja dann auch sagen, komm, also, dann macht mich ja der Film eher depressiv. Ich habe auch vor meiner Schwangerschaft, ich hatte schon seit ich Teenie bin, immer super Angst vor Geburten und habe mir vor meinen Geburten nur schlecht, ich wollte nur Horror-Stories hören über Geburten, weil in meinem Kopf konnte ich dann nur, konnte es dann nur besser werden. Ich wollte nicht hören, dass es gut läuft, weil ich dann enttäuscht gewesen wäre, wenn es bei mir nicht so gewesen wäre. Vielleicht ist das ja auch irgendwie eine Art. Ganz ehrlich, psychologisch gar nicht so blöd, glaube ich. Okay, dann machen wir einen Schlussstrich. Wir haben ja eine Empfehlung von Herrn Max Rauscher für diesen Film. Und wir auch. Ich würde auch sagen, wenn euch das Thema interessiert, genau, guckt ihn euch an. Also, der macht keine Riesensprünge, es ist einfach ein sehr pragmatisch, dieses Adjektiv, wenn wir jetzt benutzen, er zählter Film über diese Geschichte, wie gesagt, über zehn Jahre. Das ist schon auch ein Aufwand und wir kommen den beiden sehr nah und auch einfach so ein bisschen Informationen, was alles so möglich ist, vor allem für homosexuelle Paare und generell künstliche Befruchtung und was es da so für Hürden geben kann. So, das war unsere Besprechung zu Der Wunsch, der ab dem 14. März im Kino anlaufen wird. Wir sind hier vom Tele-Stammtisch. Wenn ihr noch mehr Besprechungen von uns hören wollt, geht einfach auf tele-stammtisch.de oder schaut doch mal bei Social Media rein. Überall, wo es Likes gibt. Die Podcasts gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name war und ist Schlogger. Von mir findet ihr Sachen auf Schlogger.de, denn ich bin auch Illustratorin und Autorin und mache auch viel über Kommunikation mit Kindern und generell Kram mit Kindern oder auch vielleicht ein bisschen mentale Spielereien. Findet ihr auch alles eben auf meinen Websites oder Social Media unter The Schlogger ist der Name, wo ihr mich überall findet. Max, dir gebührt das letzte Wort. Ich sage schon mal Tschüss. Gut, mein Name ist Maximilian Rauscher und ich habe sehr viel Gold in der Isar versteckt. Also bitte viel Spaß beim Suchen und bis zum nächsten Mal. Ich spring direkt rein. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.